In diesem Video geht es um die Halbwertszeit und um das Zerfallsgesetz der Kernphysik. Wir machen dazu ein Würfelexperiment, mit dem wir den radioaktiven Zerfall modellieren, sowie die mathematische Auswertung dazu. Und ich zeige euch ein Beispiel aus der Raumfahrt. Ja, zu Anfang etwas Theorie. Diesen Text habe ich so auch im Distanzlernen benutzt und den schauen wir uns einmal an. Die Halbwertszeit und das Zerfallsgesetz. Der radioaktive Zerfall ist ein Zufallsprozess. Wann ein instabiles Atom unter Emission von radioaktiver Strahlung zerfällt, kann man nicht genau vorhersagen. Man kann nur eine zeitliche statistische Zerfallswahrscheinlichkeit angeben. In der Physik machen wir das für eine große Zahl an Atomen. Man muss bedenken, dass ein Mikrogramm Radium zum Beispiel 2,7 mal 10 hoch 15 Atome enthält. Wir könnten formulieren, wann genau ein Atom von einer Million Atome zum Beispiel zerfällt, kann man nicht genau sagen. Aber es ist wahrscheinlich, dass von der Million nach einer bestimmten Zeit, nämlich der Halbwertszeit, noch etwa 500.000 Atome vorhanden sind. Je mehr Experimente man macht, je mehr Messwerte man hat, je größer die Zeiträume sind und je mehr Atome man untersucht, desto genauer ist die Vorhersage. Wir modellieren das zunächst mit Würfeln, übertragen auf die Würfel. Ob ein Würfel bei einem Wurf eine 6 zeigt, kann man nicht vorhersagen. Man kann aber eine Wahrscheinlichkeit dafür angeben. Damit wir die Statistik besser untersuchen können, benutzen wir 100 Würfel, also eine möglichst große Zahl an Würfeln, die so gerade noch auf einen Tisch draufpassen. Wir würfeln nicht mehrfach einen einzigen Würfel, weil ein zerfallendes Atom sich ja nicht spontan zurückverwandelt. Das heißt, wir benutzen halt immer 100 Würfel und sortieren dann die zerfallenen aus, in Anführungszeichen. Oder sollen die zerfallen, die eine 6 zeigen, zum Beispiel. Und da wir vermutlich ja nicht 100 Würfel alle zu Hause haben, benutzen wir am besten diese Zufallsgeneratorseite. Zufallsgenerator.org, der Würfel, Zufallsgenerator. Also ein Würfel steht für ein Atom. Wir beginnen mit 100 Atomen bzw. Würfeln. Eine 6 steht für einen radioaktiven Zerfall. Das Atom ist dann zu einem anderen Element geworden und wird aussortiert. Aufgeschrieben werden immer die vorhandenen Atome, nicht die aussortierten. Das heißt, für uns ist die Zahl der Atome immer Ausschlaggebend, die noch vorhanden sind. Das taucht auch später in dem Gesetz dann auf. Der Versuch muss mindestens dreimal durchgeführt werden, damit man aussagekräftige Statistiken bekommt. Vielleicht auch am besten noch öfter. Ich glaube, ich habe es hier fürs Video fünfmal gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, an der Stelle könnt ihr wieder mitmachen, die Übung selber durchführen, so wie das im Distanzlernen ja auch geschehen ist. Also Aufgabe 1 wäre, würfeln Sie zunächst 100 Würfel und sortieren Sie die 6er in Gedanken aus. Schreiben Sie die Zahl der noch vorhandenen Atome bzw. Würfel für einen ersten Zeitschritt auf. Würfeln Sie mit der Anzahl an Würfeln weiter, die übrig geblieben ist und notieren Sie wieder die Zahl der noch vorhandenen Atome bzw. Würfel natürlich etc. Das heißt, füllen Sie die folgende Tabelle aus. Dort seht ihr in der ersten Spalte die Zeitschritte, also die Würfelschritte. Es fängt bei 0 an, da haben wir vorhandene Würfel 100. Das Ganze machen wir dann für drei Durchgänge und bilden zum Schluss den Durchschnitt. So, das könnt ihr selber machen. Hier einmal auf Pause drücken. Ansonsten zeige ich gleich natürlich auch wieder die Lösung. Ich habe das zu Hause mit 100 Würfeln tatsächlich dann durchgeführt auf dem Schreibtisch. Die gebe ich jetzt alle in einen Becher hinein und vermische sie ordentlich und schütte sie danach wieder auf dem Tisch aus. Ja, erstmal lege ich die jetzt ordentlich hin, damit man das auch vernünftig sehen kann hier im Video. Das braucht ihr zu Hause natürlich nicht zu machen. Und ja, ich sortiere dann die Sechser jeweils aus. Und dann geht es halt weiter. Die vorhandenen Würfel werden wieder gewürfelt. Ich lege sie wieder ordentlich hin, sortiere die Sechser aus. Packe die Würfel wieder in den Becher rein, würfle wieder und so weiter und so weiter. Ich denke, den Rest könnt ihr euch denken, wie es funktioniert. Aufgeschrieben werden immer die vorhandenen Atome, nicht die aussortierten. Das heißt, für uns ist die Zahl der Atome immer Ausschlaggebend, die noch vorhanden sind. Ich habe jetzt hier fünf Durchgänge gemacht. Ja, gut, die Zahlen habe ich hier eingetragen für alle fünf Durchgänge und daraus dann schließlich auch den Durchschnitt ausgerechnet. Das macht Excel ja dann automatisch, indem man in einer weiteren Spalte die Würfelzahlen der fünf Durchgänge addiert oder drei Durchgänge wie auf dem Arbeitsblatt. Hier sind das jetzt fünf Durchgänge. Also ich addiere alle Werte in den Spalten, die fünf Werte und teile den Gesamtwert dann durch fünf. So, und in der ersten Reihe halte ich natürlich dann 100 Würfel. Das ist klar, wir sind ja mit 100 Würfeln gestartet. Und ich mache das Ganze dann für 20 Würfelschritte. Ich gehe direkt weiter zur Nummer zwei. Stellen Sie die Durchschnittswerte auf der Y-Achse in Abhängigkeit von den Zeitschritten auf der X-Achse in einem Diagramm dar. Ja, das mache ich jetzt hier auch in Excel. Ich suche mir ein Diagramm aus, ein Punktdiagramm. Ja, Excel fügt da automatisch alles Mögliche ein. Ich gehe dort auf das Diagramm mit der rechten Maustaste und gehe auf Daten auswählen. Entferne dann zunächst alle automatisch hinzugefügten Reihen, die Excel da schon eingefügt hat. Und gehe auf Hinzufügen. Der Reihenname ist jetzt nicht so interessant. Wir haben ja hier nur eine Messreihe, die Durchschnittszahl. Dann gehe ich auf X-Werte, auf diesen Button daneben und markiere dann die X-Werte, die ich einfügen will. Ich klicke nochmal auf diese Schaltfläche da rechts. Gehe dann in die Werte der Y-Reihe, lösche das, was da drin steht, drücke den Button daneben und markiere dann die Durchschnittswerte von 100 bis runter zum 20. Schritt. Ja, dann auf OK und dann ist das Diagramm eigentlich auch schon fertig. Ich mache hier natürlich noch einen Titel rein, also Würfel, Experiment. Ja, die Y-Achse formatiere ich noch etwas. Da klickt man halt mit rechts auf die Y-Achse drauf, dann steht da Achse formatieren. Ich setze die Hauptstriche auf 10er Abstände, nicht auf 20, wie Excel das hier automatisch gemacht hat. Ja, dann muss man oben auf Entwurf gehen, wenn man noch einen Titel für die Achsen einfügen möchte, dann auf Diagrammelement hinzufügen. Achsentitel. Ja, und dann kann man eben die horizontale und die vertikale Achse einfügen, also einen Titel dafür einfügen. Auf der X-Achse nenne ich das Ganze Zeitschritte und auf der Y-Achse vorhandene Würfel. Ja, ich kann dann noch den Diagrammtyp ändern. Wenn ich jetzt die Punkte noch verbinden möchte, dann füge ich halt noch diese Linie dort ein, mit der die Punkte verbunden werden. Und ja, ich kann die Datenreihen noch formatieren und die Punkte oder die Linie noch ein bisschen dünner machen. Dann sieht das noch ein bisschen hübscher aus. So, und ja, ihr seht jetzt schon in dem Diagramm, dass das keine lineare Funktion ist. Das heißt, es ist nicht so, dass mit jedem Würfelschritt immer gleich viele Würfel aussortiert werden, beziehungsweise dann Atome zerfallen, sondern es scheint irgendwie eine andere Abhängigkeit zu sein. Die dritte Aufgabe. Bestimmen Sie den Zeitpunkt mit einer Nachkommastelle, auch wenn es natürlich keine halben Würfelschritte gibt, bei dem noch die Hälfte der 100 Würfel vorhanden ist, also 50 Würfel. Bestimmen Sie auch den Zeitpunkt, bei dem noch ein Viertel, also 25 Würfel vorhanden sind, sowie ein Achtel, also circa 13 Würfel. Ihr werdet feststellen, dass 50 Würfel erreicht sind nach etwa 3 bis 4 Zeitschritten. Das ist ja eine statistische Größe, das heißt, bei euch können die Werte auch ein bisschen anders sein als bei mir hier im Diagramm. Bei mir sind das so in etwa 3,6, 3,7, 3,8 Zeitschritte ungefähr. 25 Würfel sind erreicht nach etwas mehr als 7 Zeitschritten. Und ja, circa ein Achtel der Würfel sind noch vorhanden, also etwa 13 Würfel bei etwas mehr als 11 Zeitschritten. Ja, die genauen Werte müsst ihr jeweils dann selbst bei euch im Diagramm ablesen. Ich habe hier abgelesen, 50 Würfel sind noch vorhanden bei 3,8 Zeitschritten, 25 bei 7,4 und 13 Würfel bei 11,2 ungefähr. Das kann bei euch, wie gesagt, ein bisschen anders sein. So, das heißt, nach einer bestimmten Zahl von Würfelschritten scheint sich die Zahl der Würfel zu halbieren. Nummer 4. Stellen Sie anhand von drittens eine Gesetzmäßigkeit in Worten auf. Bestimmen Sie einen Durchschnittswert für die Halbwertszeit. Ja, diese Halbwertszeit ist eben genau die Zeit, nach der noch die Hälfte der anfangs vorhandenen Teilchen oder Würfel vorhanden ist. Wenn man das mathematisch ausrechnen würde, dann wären das genauer 3,8. Ich hatte hier immer so drei bis vier Zeitschritte in etwa herausbekommen. Ja, wie man das rechnerisch macht, das lernen wir dann später noch in diesem Video. Nächste Aufgabe. Prüfen Sie die Aussage. Nach zwei Halbwertszeiten ist die Atomanzahl oder hier die Würfelanzahl gleich 0. Ja, oft ist es so im Kopf, dass man sich das so vorstellt. Ja, wenn die Halbwertszeit durch ist, dann ist irgendwie schon mal ein wesentlicher Teil weg und dann nach nochmal Halbwertszeit ist dann irgendwie alles weg. Also das ist allerdings falsch. Nach zwei Halbwertszeiten ist noch ein Viertel der Atome oder hier der Würfel vorhanden. Ja, bei Nummer 6, da muss ich erstmal etwas erzählen, nämlich eben zu diesem Gesetz. Das mathematische Zerfallsgesetz lautet nämlich daraus folgend aus diesem Experiment, was wir gerade gemacht haben. n von t ist gleich n0 mal 0,5 hoch t durch th. So, dazu muss ich erstmal einiges erklären. t und th stehen im Exponenten. t ist irgendein Zeitpunkt, irgendeine Zeit, die wir dort einsetzen. th ist die Halbwertszeit. n in Klammern t, das nennt man auch n von t, ist die Zahl der noch vorhandenen Atome zu einem Zeitpunkt t. Ja, warum nennt man das n von t? Weil das die Zeichenzahl abhängig von t ist, ja, also kurz n von t. n0 ist die Anfangszahl der Atome. Bei unserem Würfelexperiment waren das 100 Teilchen, also 100 Würfel. Dieses Gesetz kann auch dargestellt werden als n von t gleich n0 mal e hoch minus Lambda mal t. Wir werden hier in diesem und auch in den nächsten Videos immer mal wieder beide Formen verwenden, damit man sich etwas dran gewöhnt. In den meisten Fällen wird allerdings eher die untere Form genommen, das heißt diese e-Funktion. Im Prinzip stellen aber beide Gesetze das gleiche dar und wir schlüsseln das gleich etwas auf, wie das alles funktioniert. Erstmal noch zu t h. t h ist eben die Halbwertszeit. Manchmal nennt man das in Büchern auch t1,5 oder groß t h oder sowas. Ja, da gibt es verschiedene Schreibweisen. Muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen. In diesen Videos nenne ich das immer klein t und dann mit einem großen h unten dran. Das soll die Halbwertszeit sein. Nach dieser Halbwertszeit ist noch die Hälfte der anfangs vorhandenen Atome oder Würfel vorhanden. Ja, was ist das e in dem unteren Gesetz? e ist die Euler'sche Zahl 2,718 und so weiter. Die ist im Taschenrechner auch eingespeichert. Da müsst ihr in eurer Taschenrechneranleitung mal sehen, wie ihr diesen Wert aufruft. Sie wird häufig als Basis von Exponentialfunktionen und Logarithmen eingesetzt. Man kann anstattdessen natürlich auch 0,5 als Basis benutzen, siehe die obere Formel. 0,5 ist kleiner als 1, daher muss der Exponent bei der oberen Formel positiv sein, damit die Atomanzahl abnimmt. Weil e größer ist als 1, muss hier der Exponent negativ sein. Das heißt, wir haben dort ein Minuszeichen, damit wiederum die Atomanzahl abnimmt mit der Zeit. Ja, das heißt, bei dem oberen Gesetz habt ihr einen positiven Exponenten t durch th, weil 0,5 eben kleiner ist als 1. Da muss der Exponent positiv sein, damit wir eine Abnahme erzielen. 0,5 hoch t durch th ist dann eine Zahl kleiner als 1 und n0 damit multipliziert, ja, ergibt eben eine kleinere Zahl als n0. Das heißt, die Atomanzahl nimmt ab. Beim unteren Gesetz ist e größer als 1, das heißt, der Exponent muss negativ sein, damit e hoch minus Lambda t kleiner als 1 ist. Und n0 mit einer Zahl kleiner als 1 multipliziert, ergibt dann eben eine kleinere Zahl n von t. Diese Zahl nimmt dann also ab, die Atomanzahl. Kurz gesagt, beim unteren Gesetz braucht ihr einen negativen Exponenten, deswegen das Minuszeichen. Das Lambda, Achtung, ist hier keine Wellenlänge. Ich weiß, dass wir in der Q1 lange Zeit über Wellenlängen unter anderem gesprochen haben. Dort auch immer das Symbol Lambda für eine Wellenlänge benutzt haben. Hier ist das die Zerfallskonstante. Ja, bitte nicht verwechseln. Der Buchstabe ist zwar gleich, das Symbol ist gleich, aber es ist ein ganz anderer Zusammenhang. Diese Zerfallskonstante Lambda ist gewissermaßen das Gegenstück zur Halbwertszeit. Ja, Gegenstück in Anführungszeichen, ein bisschen umgangssprachlich gesagt. Ja, wie man das ineinander umrechnet, das sehen wir gleich noch. Und Lambda, die Zerfallskonstante, hat immer die Einheit 1 durch eine Zeiteinheit. Also 1 durch Sekunde oder 1 pro Minute oder 1 durch Tage oder 1 durch Jahre. Das hängt immer von dem radioaktiven Nuklid ab, wie schnell das zerfällt. Und es hängt auch davon ab, was man damit ausrechnen möchte. Ja, wenn man zum Beispiel mit Aktivitäten rechnet, dann nimmt man immer 1 durch Sekunde. So, die Aufgabe entsprechend zu Punkt 6 wäre, prüfen Sie mit dem oberen Gesetz mit 0,5 als Basis und TH gleich 3,8 Zeitschritten anhand von zwei Werten, ob unser Würfelexperiment diesem Gesetz entspricht. Das heißt, wir gehen jetzt noch einmal kurz zu unserem Würfelexperiment zurück und prüfen, ob das denn auch seine Richtigkeit hatte. So, das könnt ihr jetzt wieder selber einmal ausprobieren und ich zeige euch nun im Folgenden die Lösung. N von T ist gleich N0 mal 0,5 hoch T durch TH. N von T gleich 5 Zeitschritte ist gleich 100 mal 0,5 hoch 5 geteilt durch 3,8. Das ergibt 40,2, das heißt, es sollten dann nach 5 Zeitschritten in etwa noch 40 Würfel vorhanden sein nach diesem Gesetz. Und wenn wir in die Tabelle reinschauen, dann sehen wir, das waren so ungefähr 39. Bei 8 Zeitschritten, die habe ich hier einmal willkürlich ausgewählt, hätten wir 100 mal 0,5 hoch 8 durch 3,8, das ergibt 23,2. Und laut Tabelle waren das 21,8, das heißt, das liegt auch ganz gut dran. Also dieses Gesetz scheint schon einigermaßen zu passen für unser Würfelexperiment. Ihr könnt das ja bei den anderen Werten auch nochmal ausprobieren, ob das auch übereinstimmt. Ja, siebtens, auch da muss ich ein bisschen vorab was erzählen. Wie hängt nun die Halbwertszeit TH mit Lambda zusammen? In dem unteren Gesetz mit dem E hoch minus Lambda T steht ja nur Lambda drin und nicht TH. Wie hängt das jetzt zusammen? Denn die Zerfallskonstante Lambda habt ihr meistens nicht gegeben, sondern man muss die dann eben vorher ausrechnen. Und dazu brauchen wir den Logarithmus. Die Logarithmusfunktion ist im Prinzip die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Für uns in der Physik, ja bitte, liebe Mathematikerinnen und Mathematiker, verzeiht es mir. Ich bin da jetzt hier sehr pragmatisch veranlagt in der Physik. Der Logarithmus ist für uns im Wesentlichen erstmal eine Taste auf dem Taschenrechner. Und sie dienen uns in der Physik dazu, in einer Gleichung den Exponenten zu berechnen. Das heißt, wir holen die Zahl aus dem Exponenten nach unten und können sie dann eben ausrechnen. Der Logarithmus hat immer eine Basis. Die steht unten am Logarithmus dran. Zum Beispiel Log E wäre der Logarithmus zur Basis E oder Log 0,5 wäre der Logarithmus zur Basis 5. Den Log E nennt man auch ln, den natürlichen Logarithmus. Praktischerweise kann man natürlich am besten die Basis verwenden, die eben auch in der Exponentialfunktion steht. Warum? Ja, wenn ihr mal in der Formelsammlung schaut, werdet ihr auf folgenden Zusammenhang stoßen. Also betrachten wir zum Beispiel den Ausdruck Y ist gleich E hoch A mal X. Sie möchten den Exponenten A mal X bzw. X in Anführungszeichen nach unten holen und ausrechnen. Dazu logarithmieren wir beide Seiten. Ja, also Logarithmus zur Basis E nehme ich hier als Logarithmus. Das muss ich auf beiden Seiten machen. Das heißt, wir haben Logarithmus zur Basis E von Y ist gleich Logarithmus zur Basis E von E hoch A mal X. So, und wenn ihr das jetzt mal im Tafelwerk, zum Beispiel falls ihr dieses Tafelwerk 2.0 habt, auf Seite 12 nachschlagt oder eben bei Wikipedia oder in irgendwelchen anderen Formelsammlungen, dann folgt da folgendes raus. Logarithmus zur Basis E von Y ist gleich A mal X. Denn das auf der rechten Seite Logarithmus zur Basis E von E hoch A mal X ist dann gleich A mal X. Oder in der anderen Schreibweise, ja, den Logarithmus zur Basis E nennt man auch LN. LN von Y ist gleich A mal X. So, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Also wir haben diese Gleichung, die oben in der ersten Zeile steht. Y ist gleich E hoch A mal X logarithmiert und dadurch den Exponenten nach unten geholt, in Anführungszeichen. Das heißt, wir können das X jetzt auch ausrechnen. Den Logarithmus zur Basis E nennt man auch den LN, den natürlichen Logarithmus, hatte ich gerade schon gesagt. Und außerdem gilt LN von X ist gleich minus LN von 1 durch X. Auch das könnt ihr einmal prüfen mit dem Taschenrechner. Das könnt ihr auch selber ausprobieren, einfach ohne Formelsammlung. Einfach mal X gleich 5 eingeben und probieren, ob das stimmt, was ich hier erzähle. So, und die Aufgabe passend zu Nummer 7 wäre nun, leiten Sie die Gleichung für die Umrechnung zwischen TH und Lambda her. Diese Umrechnungsgleichung lautet Lambda ist gleich LN von 2 geteilt durch TH. Einen Hinweis hätte ich dafür noch. Nach der Zeit T gleich TH ist N von T gleich 1 halb mal N0. Also nach der Halbwertszeit ist die noch vorhandene Teilchenzahl gleich der Hälfte der anfangs vorhandenen Teilchenzahl. Ja, setzt das mal in das Zerfallsgesetz ein und versucht das zu logarithmieren und dann eben diesen Zusammenhang herauszufinden. Da könnt ihr wieder eben auf Pause drücken und ich zeige euch nun im Folgenden auch wieder die Lösung. Das ist übrigens eine sehr häufige abiturrelevante Aufgabe, die kam schon häufig vor. Wir gehen wieder aus von einem der Zerfallsgesetze. Ich nehme hier das mit der E-Funktion. N von T ist gleich N0 mal E hoch minus Lambda T. Und N von TH, also die Teilchenzahl abhängig von der Halbwertszeit, ist gleich 1 halb mal N0. Das heißt, auf der linken Seite steht 1 halb mal N0 ist gleich N0 mal E hoch minus Lambda mal TH. Jetzt muss man dafür T natürlich auch TH einsetzen. Das N0 kann ich nun kürzen, ja, also ich kann durch N0 dividieren, so. 1 halb ist gleich E hoch minus Lambda mal TH. So, und jetzt haben wir oben vorher gelernt, wir können nun die beiden Seiten logarithmieren, damit das TH eben nach unten kommt oder dieser Exponent eben nach unten kommt. Dafür nehmen wir am besten auch den Logarithmus Naturalis, ja, also diesen Ln, den Logarithmus zur Basis E. Dann steht dort Ln von 1 halb ist gleich minus Lambda mal TH. Des Weiteren hatten wir schon gesehen, dass Ln von x gleich minus Ln von 1 durch x ist. Das heißt, ich kann auch schreiben, erstmal nach TH umgeformt, TH ist gleich Ln von 1 halb geteilt durch minus Lambda. Ja, und das kann ich jetzt mit dem eben genannten Zusammenhang umformen in TH ist gleich Ln von 2 durch Lambda. Ja, daraus ergibt sich dann eben TH ist gleich Ln2 durch Lambda oder umgeformt Lambda ist gleich Ln von 2 geteilt durch TH. Und damit haben wir das Ganze dann nachgewiesen. Den Zusammenhang braucht man übrigens sehr, sehr häufig, also den solltet ihr euch auf jeden Fall merken oder in der Formelsammlung euch einen Zettel reinmachen, damit ihr wisst, wo der steht. Kommen wir als nächstes zur sogenannten halblogarithmischen Darstellung. Es war ja noch die Frage offen, wie kommt man denn darauf, dass der genaue Wert gleich 3,8 ist bei unserem Würfelexperiment für die Halbwertszeit. Oder wie kann man das eben auch bei radioaktiven Präparaten dann bestimmen? Und dafür schauen wir uns noch einmal das Zerfallsgesetz an. N von T ist gleich N0 mal E hoch minus Lambda T. Es gibt ein weiteres Logarithmengesetz, das da lautet Ln von A mal B ist gleich Ln von A plus Ln von B. Das könnt ihr auch wiederum in der Formelsammlung nachschlagen. So, und wir logarithmieren einfach mal dieses Zerfallsgesetz. Dann steht dort Ln von N von T ist gleich minus Lambda mal T plus Ln von N0. Ich habe das umgedreht. Ja, der Ln von E hoch minus Lambda T ist ja einfach gleich minus Lambda mal T. Das würde eigentlich rechts stehen. Ich habe das jetzt nach links hingezogen. Und ja, das Plus Ln von Null, das habe ich nach rechts hingestellt. So, wenn wir uns das mal anschauen, ist das eine lineare Funktion. Nur, dass hier jetzt nicht irgendwas mal X steht, sondern irgendwas mal T. Ja, also eine linear von T abhängige Funktion ist das hier Ln von N von T mit einer negativen Steigung. Ja, da steht ja ein Minuszeichen vor. Wenn Lambda selber ein positiver Wert ist, dann ist das also eine Steigung, die negativ ist. Und außerdem haben wir einen Y-Achsenabschnitt, nämlich Ln von N0. Die Zeit T, ja, das ist unsere Variable für die X-Achse. Soll heißen, wenn wir die Werte Ln von N von T nehmen, also die vorhandenen Teilchenzahlen logarithmieren mit dem Ln, dann erhalten wir eine lineare Funktion. Ja, im Folgenden stellen wir also die logarithmierten Werte von der Teilchenzahl auf die Y-Achse und wir stellen die Zeit auf die X-Achse. Um das für unser Würfel-Experiment zu machen, logarithmiere ich in einer weiteren Spalte die vorhandenen Würfelanzahlen. Das heißt, ich schreibe einfach da hin, ist gleich in dem Kästchen Ln von, ja, eben der Durchschnittswürfelzahl. Und dann ziehe ich das Ganze nach unten. Dann macht Excel das wiederum automatisch. Danach zeichne ich ein weiteres Diagramm, einfügen, Diagramm, Punktdiagramm. Ich schiebe das noch ein bisschen nach rechts hin. Ja, und wie das mit dem Werte einfügen geht, ich denke, das kennt ihr jetzt ja auch. Ich füge also jetzt diese logarithmierten Werte als Y-Werte ein und die Zeitwerte nach wie vor als die X-Werte. Und tatsächlich, es kommt dabei eine lineare Funktion raus. Die Werte nehmen ab von links nach rechts, also wir haben eine negative Steigung. Ich nenne das ganze Würfel-Experiment halblogarithmisch. Ja, mit halblogarithmischer Darstellung kann man natürlich auch meinen, dass man die Y-Achse selber, also die Skala logarithmiert. Das geht natürlich auch. Aber ich habe es jetzt hier mal mit der Logarithmierung in der Weise gemacht, dass ich die Werte selber logarithmiert habe und das hier dann auf der Achse so eingetragen habe. Ich gehe mit der rechten Maustaste auf die Werte selber drauf, auf diese Punkte und klicke dann auf Trendlinie einfügen. Wir wählen natürlich linear, das scheint ja eine lineare Funktion zu sein. Und außerdem markiere ich unten diesen Haken noch rein, Formel im Diagramm anzeigen. Ja, außerdem kann ich auch noch die Trendlinie an sich etwas formatieren, die mache ich hier noch durchgezogen und etwas dünner, dann kann man die Messwerte noch besser sehen. Wir erhalten eine Funktion, Y ist gleich minus 0,1905 mal X plus 4,62. Die Steigung in diesem Diagramm ist demnach 0,1905, also der Betrag der Steigung. Das heißt, weil das ja unserer konstanten Lambda entspricht, diese Steigung, ist Lambda gleich 0,1905 mal 1 pro Zeitschritt. Und TH ist gleich ln2 durch Lambda, diesen Zusammenhang haben wir in der vorhergehenden Aufgabe gelernt, ist demnach gleich ln von 2 geteilt durch 0,1905 mal 1 durch Zeitschritte, ist gleich 3,64 Zeitschritte nach meinen Werten. Wenn man das jetzt noch öfter und noch häufiger und noch häufiger machen würde, dann würde man irgendwann an einen Wert von 3,8 gelangen. Das wäre so der theoretische Wert, wenn man jetzt sagt, nach einem Zeitschritt müssen noch 5 Sechstel der Würfel vorhanden sein. Wenn man das da einsetzen würde, dann würden eben 3,8 in etwa rauskommen. Ja, kommen wir im Folgenden zur Anwendung dieses Zerfallsgesetzes auf eben radioaktive Nuklide tatsächlich. Wir haben ja bisher im Wesentlichen über die Würfel gesprochen. Und die erste Aufgabe, die ich für euch hätte, wäre, geben Sie die Halbwertszeiten an für folgende Nuklide. Nuklide, Uran-238, Radium-226, Radon-222, Radon-220, Polonium-218, Polonium-214, Plutonium-238, Polonium-215, Technetium-99 und Technetium-99m. Das könnt ihr in der Nuklidkarte einmal raussuchen und auch im Periodensystem online könnt ihr das einmal raussuchen, ja, weil TC-99 steht da nicht drin in euren Buchausschnitten. Und ihr habt wieder kurz Zeit, einmal auf Pause drücken, selber machen und danach zeige ich euch die Lösung. Aus der Nuklidkarte können wir entnehmen, dass Uran-238 eine Halbwertszeit besitzt von 4,468 mal 10 hoch 9 Jahren, also fast viereinhalb Milliarden Jahre. Radium-226 hat eine Halbwertszeit von 1600 Jahren. Radon-222 hat eine Halbwertszeit von 3,8235 Days, also D steht für Days, das heißt Tage, 3,82 Tage ungefähr. Radon-220 hat eine Halbwertszeit von 55,6 Sekunden, das S steht für Sekunden. Polonium-215 hat eine Halbwertszeit von 1,781 ms, das steht für Millisekunden. Polonium-214 hat eine Halbwertszeit von 163,6 Mikrosekunden. Polonium-218 hat eine Halbwertszeit von 3,098 Minuten, das M steht für Minuten. Dann hatte ich noch rausgesucht, dass Plutonium-238 hat eine Halbwertszeit von 87,7 Jahren. Und zu guter Letzt Technetium-99 hat eine Halbwertszeit von 2,11 mal 10 hoch 5 Jahren. Und TC-99m, dieses metastabile Technetium-99 hat eine Halbwertszeit von ungefähr 6 Stunden. Letzteres wird auch häufig in der Medizin eingesetzt. Ja, hier zur Kontrolle nochmal die Ergebnisse. Warum habe ich ausgerechnet diese Nuklide ausgesucht? Ja, im Wesentlichen haben genau diese Nuklide eine Anwendung irgendwo im Alltag oder sie tauchen halt irgendwo im Alltag auf. Außerdem kann man anhand dieser Nuklide sehen, dass die Halbwertszeiten in ganz verschiedenen Zeitbereichen liegen können, zwischen Mikrosekunden und Milliarden Jahren. Das heißt, es gibt Nuklide, die sehr, sehr schnell zerfallen und auch welche, die sehr langsam zerfallen. Und wir gehen auch direkt weiter mit ein paar Informationen wiederum. Wir rechnen nun aus, welche Masse eines Stoffes nach einer bestimmten Zeit noch vorhanden ist und welche Masse eines anderen Elements daraus hervorgeht. Also bisher haben wir uns ja mit Teilchenzahlen beschäftigt. Erstmal mit Würfeln etc. Und jetzt müssen wir eben auf die wirklichen radioaktiven Nuklide gehen. Und da sind ja auch häufig Massen gegeben. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch Teilchenzahl und Massen nochmal umrechnen. Dazu brauchen wir auch die Umrechnung in Stoffmengen. Das heißt, in die Atomanzahl in Mol. Das Mol ist ja einfach ein Faktor. 6 mal 10 hoch 23. Wir benötigen das deswegen, weil die verschiedenen Nuklide ja unterschiedliche Massen haben. Wenn ein Gramm eines Stoffes zerfällt, heißt das nicht, dass daraus ein Gramm eines anderen Stoffes wird. Weil ja unter anderem auch beim radioaktiven Zerfall Teilchen frei werden. Also unter anderem beim Alpha-Zerfall Heliumteilchen zum Beispiel. Sodass daraus nicht die gleiche Masse eines anderen Stoffes wird. Außerdem wird auch durch die Energieabgabe die Masse etwas verringert. Das lernen wir noch später im Kapitel Bindungsenergie. Wenn ein Gramm eines Stoffes zerfällt, heißt das eben nicht, dass daraus auch ein Gramm eines anderen Stoffes wird. Man kann aber sagen, dass wenn ein Atom eines Stoffes zerfällt, dass daraus ein Atom eines anderen Stoffes wird. Das kann man schon sagen. Klein n ist gleich Klein m durch Groß m. Klein n ist die Stoffmenge in Mol. Achtung, in manchen Büchern kann das kleine n auch für eine Zellrate stehen. Unter anderem auch in unserem Metzler-Buch. Das ist ein bisschen verwirrend. Also hier ist Klein n erstmal die Stoffmenge in Mol. Und zur Erinnerung, ein Mol sind 6,022 mal 10 hoch 23 Atome. M, Klein m ist die Masse in Gramm und Groß m ist die molare Masse. Die molare Masse entspricht ja immer der Massenzahl der Nuklide. Das heißt zum Beispiel die molare Masse von Radium-226 wären 226 Gramm pro Mol. Wir besprechen das direkt anhand eines Beispiels aus der Raumfahrt am Beispiel der RTGs. RTG steht für Radioisotop Thermoelectric Generator. Auf Deutsch heißt das Radionuklitbatterie. Das ist nicht im herkömmlichen Sinne eine Batterie, sondern das ist ein Gerät, was Strom erzeugt in Anführungszeichen aus einem radioaktiven Zerfall eines Elements. Und zwar benutzt man dafür zum Beispiel Plutonium-238. Das wird in der Raumfahrt häufig in Radionuklitbatterien eingesetzt, unter anderem auf diversen Mars-Rowern, die jetzt auf dem Mars rumfahren. Dieses Plutonium wird durch den eigenen Zerfall so heiß, dass man die Wärme mit einem PLCR-Element in elektrische Energie umwandeln kann. So, und dazu habe ich euch hier auch in die Beschreibung nochmal folgende Internetadressen eingefügt. Ja, also dieses Mars Science Laboratory bei Wikipedia. Dann gibt es die Webseite photojournal.jpl.nasa.gov. Das ist die offizielle NASA-Seite für diese Weltraummissionen, unter anderem für die Mars-Missionen. Dann gibt es das Idaho National Laboratory, INL. Und da könnt ihr mal auf Space Power Systems vom INL gehen. Da wird auch gezeigt, wie man diese Radionuklitbatterien herstellt. Tatsächlich auch sehr interessant in einem Video. Ja, und dann habe ich noch ein nettes Bild gefunden, wo dann dieses glühende Plutonium einmal gezeigt wird in einer Grafithülle. Auch da habe ich die Internetadresse unten in die Beschreibung nochmal reingestellt. So, erstmal kämen wir zu der Frage, was ist eigentlich so ein Pelzierelement, wie funktioniert das? Dazu hatte ich mal für die Sekundarstufe 1 ein Video gemacht. Daraus zeige ich hier einen kurzen Ausschnitt. Also im Prinzip ist das dieses weiße Plättchen, was hier in der Kunststoff, in der blauen Kunststoffscheibe drinsteckt. Das weiße Plättchen ist im Prinzip das Pelzierelement. Das besteht aus verschiedenen Halbleiterschichten. So, und dieses Pelzierelement habe ich hier angeschlossen an einen kleinen Elektromotor. Des Weiteren habe ich hier zwei Metallwürfel, zwei Aluminiumwürfel, in die ich jeweils einen Thermometer reinstecke. Die beiden Aluminiumwürfel haben mehr oder weniger dieselbe Temperatur, also 21,2 beziehungsweise 1,4 Grad. Die Thermometer sind auch nicht ganz exakt geeicht. Also die Würfel haben die gleiche Temperatur, kann man schon sagen. Und ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das heißt, wenn die Würfel gleich warm sind, dann dreht sich der Motor nicht. Aber ich erwärme nun einen der Würfel mit einer Halogenlampe, bis er in etwa 50 Grad heiß ist. Bei der Plutoniumbatterie wäre das natürlich noch wesentlich heißer. Und ich setze den Würfel auf die obere Seite des Pelzierelements und siehe da, der Motor dreht sich. Das heißt, wenn man einen Temperaturunterschied hat zwischen der oberen und der unteren Seite eines solchen Elements, kann man die Wärmeenergie umwandeln in elektrische Energie. Und das passiert eben auch in diesen Raumfahrzeugen. Diese Radionuklidbatterien haben einige Vorteile, einige Nachteile auch. Aber die Vorteile überwiegen jetzt anscheinend bei diesen Weltraummissionen. Als verlässliche und lang andauernde Stromquelle kann man die anscheinend ganz gut benutzen. Aber natürlich ist Plutonium nicht ganz ungefährlich. Also das ist auch ein wesentlicher Kritikpunkt. Denn wenn da beim Start einer Rakete dann ein Unfall passieren würde, dann würde natürlich auch eine große Menge im schlimmsten Fall von diesem Plutonium freigesetzt werden. So, ich bin hier einmal auf der Wikipedia-Seite, auf diesem Mars Science Laboratory. Und wir gehen zum Punkt Energieversorgung. Dort ist das Ganze nochmal beschrieben. Da könnt ihr euch auch die Originalquellen natürlich nochmal anschauen, wo das alles herkommt. Und hier in dieser Nuklidbatterie stecken immerhin 4,8 Kilogramm Plutoniumdioxid. Also das entspricht so mehr oder weniger 4 Kilogramm reinem Plutonium, das dann eben zerfällt. Mit einer Halbwertszeit von etwa 87,7 oder in manchen älteren Nuklidkarten steht noch 87,7,4 Jahren drin, zerfällt das Plutonium. So, daraus kann man erstmal 2000 Watt Wärmeleistung gewinnen und ja, eine elektrische Leistung. Der Wirkungsgrad ist da nicht allzu hoch, aber immerhin 110 Watt elektrische Leistung. So, des Weiteren gehe ich mal auf die Seite fotojournal.jpl.nasa.gov. JPL steht für Jet Propulsion Laboratory. Das heißt, im Prinzip ist das die offizielle oder eine der offiziellen NASA-Seiten, wo eben Fotos veröffentlicht werden von Weltraummissionen. So, und unter Fotojournal Search gebe ich einmal ein Mars 2020 Rover. Das ist jetzt der neueste, der da hochgeschickt wurde. Und da gibt es zahlreiche Fotos auch eben vom Staat bzw. von diesem Rover auf der Erde. Da zeige ich euch mal ein Bild. Ja, so sah das Ding dann im Labor erstmal auf der Erde aus, als das gebaut wurde. Schon ein ziemlich riesiges Gefährt in einem Rheinraum natürlich. Deswegen haben die Angestellten da also alle diese Anzüge an, damit da eben nicht irgendwas verunreinigt wird. Des Weiteren suche ich einmal in dieser Fotojournal Suche nach dem MMRTG. Das steht für Multimission RTG, also für eine vielfach verwendbare Radionuklid-Batterie, die bei verschiedenen Raumfahrtmissionen halt eingesetzt wird. Ja, und auch da sieht man ganz interessante Bilder. Also einmal, wie das Ding so in der Halle erstmal rumsteht, beziehungsweise wie das halt hinten auf dem Mars Rover drauf sitzt. Ja, und da ist dann auch eine Kühlung drumherum gebaut. Das heißt, die Wärme wird nach außen hin abgegeben natürlich. Die eine Seite muss ja kalt sein von dem PCR-Element und die andere Seite muss heiß sein. Deswegen diese Kühlung. So, und hier seht ihr ein Bild. Auch da habe ich die Adresse nochmal angegeben. Steht auch unten in der Beschreibung. Da könnt ihr dann direkt einmal draufklicken. Das wurde auf dieser Flicker-Seite veröffentlicht. Ja, das ist jetzt das glühende Plutonium in so einer Grafithülle. Und dieses glühende Plutonium in dieser Kapsel wird eingesetzt in der Radionuklid-Batterie. Ja, hier auch kurz die Seite Idaho National Laboratory, INL. Auch da steht die Adresse unten, wie ich schon sagte, in der Beschreibung. Also auf dieser Seite findet ihr unten dann ein Video, wo auch die Herstellung gezeigt wird von so einem RTG-Generator. Ja, eine Aufgabe, mal wieder geben Sie die Reaktionsgleichung für den Zerfall von PU-238 an. Ja, ich denke, das ist relativ einfach. Also Plutonium-238 ist ein Alphastrahler, wie ihr sehen könnt. Und das reagiert zu Uran-234. Zwei Kästchen nach unten, zwei nach links, haben wir ja gelernt im letzten Video. Das heißt, PU-238-94 reagiert zu Uran-234-92 und Helium-4-2. Warum kann man das Tochter-Nuklid für die Zeiträume einer Raumfahrtmission von maximal einigen Jahrzehnten als End-Nuklid ansehen? Das machen wir gleich in unserer Rechnung. Ja, deswegen wäre die Frage, warum darf man das hier als End-Nuklid ansehen? Ja, und da vergleicht mal die Halbwertszeit von Plutonium-238 mit der Halbwertszeit von dem Uran-234. Und ihr stellt fest, einmal sind das 87,7 Jahre, also relativ kurz. Und beim Uran sind es dann 2,455 mal 10 hoch 5 Jahre. Ja, und die Halbwertszeit von diesem Uran-234 ist dem Plutonium gegenüber so groß, dass man das also als End-Nuklid ansehen darf. Eine weitere Aufgabe für euch. Berechnen Sie die Stoffmenge in Mol und die Atomanzahl von 4 Kilogramm Plutonium-238. Diese Masse von 4 Kilogramm befindet sich in etwa in einer Radionuklid-Batterie in dem Mars-Rover. Es sind nicht ganz genau 4 Kilogramm, aber wir machen das hier mal für diese Beispielrechnung so. Für die Lösung dazu braucht ihr das Gesetz klein n, die Stoffmenge, ist gleich klein m, die Masse, geteilt durch groß m, die molare Masse. Für euch wieder die Gelegenheit, hier auf Pause zu drücken und das selber zu rechnen. Im Anschluss zeige ich euch die Lösung dazu. Klein n ist gleich klein m durch groß m ist gleich 4000 Gramm geteilt durch 238 Gramm pro mol ist gleich 16,807 mol. Die Anfangsteilchenzahl groß n 0 ist gleich 16,807 mol mal 6,022 mal 10 hoch 23 mal 1 durch mol. Das ist ja die Avogadro-Konstante. Diese Avogadro-Konstante gibt an, wie viele Teilchen in einem mol vorhanden sind, nämlich eben 6,022 mal 10 hoch 23. Das ergibt 1,012 mal 10 hoch 25 Atome. Das heißt, am Anfang sind 1,012 mal 10 hoch 25 Plutonium-Atome in diesem Mars-Rover vorhanden, wenn wir von 4 Kilogramm Plutonium 238 ausgehen. Nummer 5. Berechnen Sie die Teilchenzahl und die Stoffmenge des Plutoniums nach 10 Jahren. Dafür brauchen wir nun das Zerfallsgesetz und ich wähle das gleich in der Form n von t ist gleich n 0 mal e hoch minus Lambda t. Für euch wieder die Gelegenheit, das selber zu rechnen und hier folgt die Lösung. Wenn wir mit dem Gesetz der Form n von t gleich n 0 mal e hoch minus Lambda t rechnen, benötigen wir zunächst die Zerfallskonstante Lambda. Diese berechnet sich zu Lambda ist gleich ln2 geteilt durch th, also ln von 2 geteilt durch die Halbwertszeit, ist gleich ln2 geteilt durch 87,7 Jahre. Eventuell steht in eurem Physikbuch noch 87,74 Jahre drin. Das ist ein etwas älterer Wert für die Halbwertszeit, soll aber hier der Sache keinen Abbruch tun. Also falls ihr leicht abweichende Ergebnisse erhaltet, dann ist das nicht weiter tragisch. Bei mir ergibt sich hier Lambda ist gleich 7,904 mal 10 hoch minus 3 mal 1 durch Jahre. Daraus folgt n von t ist gleich n 0 mal e hoch minus Lambda t ist gleich 1,012 mal 10 hoch 25 mal e hoch minus 7,904 mal 10 hoch minus 3 mal 1 durch Jahre mal 10 Jahre. Wir wollen ja die Teilchenzahlen nach 10 Jahren ausrechnen, das heißt für t müssen wir hier 10 Jahre einsetzen. Das ist gleich 9,352 mal 10 hoch 24 Teilchen. Da steht nun keine Einheit hinter, weil n, Groß N ist ja die Teilchenzahl. Klein n von t, Klein n meint hier die Stoffmenge, ja Achtung später kann das auch eine Zellrate bedeuten. Klein n von t ist gleich 9,352 mal 10 hoch 24 geteilt durch 6,022 mal 10 hoch 23 Mol. Ist gleich 15,530 Mol. Das Ganze habe ich auch wieder mit gespeicherten Zwischenwerten gerechnet, das heißt diese 1,012 mal 10 hoch 25 hatte ich noch im Taschenrechner eingespeichert. Falls ihr das nicht gemacht habt, können die Ergebnisse auch leicht abweichen. Am Anfang lagen also 16,807 Mol Plutoniumatome vor. Nach 10 Jahren sind es noch 15,530 Mol. Die nächste Aufgabe berechnen Sie die Masse M des Urans, das daraus entstanden ist. Wir haben nun ausgerechnet, wie viele Atome am Anfang vorhanden waren und wie viele nach 10 Jahren dann noch vorhanden waren. Das heißt, diese beiden Zahlen müssen wir voneinander subtrahieren. Dann wissen wir auch, wie viele zerfallen sind in den 10 Jahren. Also wir müssen jetzt die Zahlen nach 10 Jahren subtrahieren von der Anfangsteilchenzahl. Und danach dann natürlich die Teilchenzahl wiederum umrechnen in eine Masse. Die Stoffmenge N des Urans ist gleich 16,807 Mol, das war ja die Anfangsstoffmenge des Plutoniums, minus 15,530 Mol und das ergibt 1,277 Mol. Die Masse des Urans ist gleich klein n mal groß m ist gleich 1,277 Mol mal 234 Gramm pro Mol und das ergibt 298,865 Gramm. Also wenn man das Uran als Endnuklid ansieht und den weiteren Zerfall erstmal ausblendet, dann sind dort nach 10 Jahren etwa 300 Gramm Uran entstanden. Berechnen Sie den Zeitpunkt, an dem noch 90% des Plutoniums vorhanden sind. Wir setzen hier also an mit n von t ist gleich n0 mal e hoch minus Lambda t. n von t ist gleich 0,9 mal n0. 0,9 ist gleich e hoch minus Lambda t. Um t auszurechnen, müssen wir beide Seiten logarithmieren. ln von 0,9 ist gleich ln von e hoch minus Lambda t. ln von e hoch minus Lambda t ist ja wiederum minus Lambda mal t. Das heißt ln von 0,9 ist gleich minus Lambda mal t. Demnach ist t gleich ln von 0,9 geteilt durch minus Lambda. Und Lambda wiederum ist ja gleich ln von 2 geteilt durch th. Das heißt ln von 2 geteilt durch 87,7 Jahre. t ist gleich minus ln von 0,9 geteilt durch ln2 geteilt durch 87,7 Jahre. Das ergibt 13,33 Jahre. Also 90% des Plutoniums sind noch vorhanden nach 13,33 Jahren. Ja, als nächstes kommt noch die Aktivität und die Zellrate hier mit ins Spiel. Die Aktivität wird meistens mit a bezeichnet und die Zellrate leider im Metzler-Buch oft mit klein n. Manchmal wird sie auch mit z bezeichnet, z wie Zellrate. Allerdings kann z ja auch wiederum für die Protonenzahl stehen. Also irgendwann kommt man einfach an die Stelle, wo die Symbole auch immer mehrfach auftauchen. Und ihr müsst da einfach immer auf den Zusammenhang achten. Ja, also n kann auch für die Stoffmenge stehen und eben dann auch für die Zellrate. Die Aktivität a gibt an, wie viele Atome pro Sekunde in einem radioaktiven Präparat zerfallen. Die Zellrate n gibt an, wie viele Zerfälle pro Sekunde zum Beispiel ein Geigerzähler misst. Die Zellrate ist daher natürlich immer kleiner als die Aktivität. Ein Beispiel, in einem Präparat zerfallen pro Sekunde eine Million Atome. Dann ist die Aktivität a gleich 10 hoch 6 pro Sekunde. Oder zu Ehren von Herrn Becquerel nennt man das dann auch 10 hoch 6 Becquerel. Ein Geigerzähler, der vor dem Präparat steht, misst aber nie die gesamte Aktivität des Präparates. Allein schon deswegen, weil die radioaktive Strahlung ja in alle Raumrichtungen geht und der Geigerzähler ja nur eine relativ kleine Fläche hat. Also dieses Fenster hat ja nur eine relativ kleine Fläche. Daher ist n, diese Zellrate, immer prinzipiell kleiner als die Aktivität a. Sowohl die Teilchenzahl als auch die Aktivität als auch die Zellrate hängen von dem Zeitpunkt der Messung ab. Daher schreibt man meistens N von t, also die Teilchenzahl abhängig von der Zeit t, klein n von t, also die Zellrate abhängig von der Zeit t und A von t, die Aktivität abhängig von der Zeit t. Für die Aktivität gilt, dass sie proportional zur vorhandenen Teilchenzahl ist. Wenn wir ein Präparat mit einer Million Atome betrachten, dann zerfallen pro Sekunde doppelt so viele Atome wie beim gleichen Präparat mit nur 500.000 Atomen. Das heißt, zwischen der Aktivität a und der Teilchenzahl n besteht eine Proportionalität. a von t ist gleich Lambda mal n von t. Und diese Zerfallskonstante Lambda, die taucht hier wieder auf, das ist also zunächst hier eine Proportionalitätskonstante zwischen der Aktivität und der Teilchenzahl. der Teilchenzahl pro Zeitspanne, das heißt, a ist gleich minus n2 minus n1 geteilt durch t2 minus t1, ist gleich minus Delta n durch Delta t. Oder differenziell angegeben, a von t ist gleich minus dn von t nach dt. Das Minuszeichen muss dort stehen, damit der Wert insgesamt positiv wird für die Aktivität, denn n1 ist ja größer als n2, denn nach einer gewissen Zeit ist ja die Teilchenzahl gesunken, die noch vorhandene Teilchenzahl. t2 ist aber größer als t1. Man kann sich diesen Zusammenhang a von t ist gleich Lambda mal n von t auch selber herleiten. Dazu leiten wir das Zerfallsgesetz ab. n von t ist gleich n0 mal e hoch minus Lambda t. Ja, wir leiten das Gesetz n von t ab nach t. Dann steht dort dn von t nach dt ist gleich minus Lambda mal n0 mal e hoch minus Lambda t. Ja, warum? Weil n0 ist einfach ein Faktor, der bleibt stehen. e hoch minus Lambda t abgeleitet ergibt dieselbe Ableitung. Das ist ja gerade das Geheimnis der e-Funktion. Wenn man sie ableitet, bleibt diese Funktion einfach stehen. Aber mal der inneren Ableitung und die ist gleich die Ableitung des Exponenten. Das heißt minus Lambda. dn von t nach dt ist demnach gleich minus Lambda mal n0 mal e hoch minus Lambda t. Und n0 mal e hoch minus Lambda t ist ja wiederum gleich n von t. Das heißt dn von t nach dt ist gleich minus Lambda mal n von t. Und die Aktivität soll ja sein A ist gleich minus dn von t nach dt. Ja, und das ist dann eben gleich Lambda mal n von t. Ja, auch dazu eine Aufgabe. Bestimmen Sie die Aktivität des Plutoniums aus dem Mars-Rover in Becquerel. Und wir gehen hier von n0 gleich 1,012 mal 10 hoch 25 Atomen aus. Das hatten wir in einer vorherigen Aufgabe bereits berechnet, in Aufgabe Nummer 4. Achtung, bei Berechnungen mit Aktivitäten immer die Zeiten in Sekunden angeben, weil Becquerel bedeutet ja 1 pro Sekunde. Wir kennen bereits die Gleichung A von t ist gleich Lambda mal n von t. Für die Anfangsaktivität ist dann natürlich auch A0 gleich Lambda mal n0. Das habe ich hier schon eingesetzt. Und A0 ist gleich ln von 2 geteilt durch th, das ist ja gleich Lambda, mal n0. Das ist gleich ln2 geteilt durch 87,7 Jahre mal 1,012 mal 10 hoch 25. Wir müssen nun allerdings die Jahre in Sekunden umformen, weil Becquerel bedeutet ja, wie ich schon sagte, 1 durch Sekunde. A0 ist gleich ln2 geteilt durch 87,7 mal 365 mal 24 mal 3600 Sekunden mal 1,012 mal 10 hoch 25 ist gleich 2,537 mal 10 hoch 15 mal 1 durch Sekunde. Das heißt 2,537 mal 10 hoch 15 Becquerel. Das Ganze habe ich wieder mit gespeicherten Zwischenwerten gerechnet, also diese Teilchenzahl 1,012 mal 10 hoch 25. Falls ihr die Zahl neu eingibt, dann bekommt ihr leicht abweichende Werte. Ja, kommen wir noch zu einer Standardabituraufgabe, die recht häufig aufgetaucht ist, der Herleitung des Zerfallsgesetzes. Man kann sich dieses Zerfallsgesetz n von t gleich n0 mal e hoch minus Lambda t auch selber, naja, in Anführungszeichen herleiten unter folgender Annahme. Die hatten wir gerade auch schon, diese Annahme. Die Anzahl der Atomkerne, die pro Zeitspanne zerfallen, ist proportional zur Menge an vorhandenen Atomkernen. Wenn man zum Beispiel 1000 Atomkerne betrachtet, ist die Anzahl der pro Sekunde zerfallenden Kerne doppelt so groß wie bei einer Betrachtung von 500 Atomkernen. Lambda ist die Proportionalitätskonstante zwischen den pro Sekunde zerfallenden Teilchen und den vorhandenen Teilchen. Delta n von t geteilt durch Delta t ist gleich minus Lambda mal n von t. Das von t in den Klammern, das lasse ich in den folgenden Schritten weg, dann wird es etwas übersichtlicher. Also Delta n geteilt durch Delta t ist gleich minus Lambda mal n. Delta n durch Delta t ist nichts anderes als n2 minus n1 geteilt durch t2 minus t1. Und wie ich gerade schon sagte, ist n2 kleiner als n1. Die Teilchenzahl nimmt ja ab, aber t2 ist größer als t1. Vor der konstanten Lambda muss also ein Minuszeichen stehen, wenn die Konstante selber ein positiver Wert ist. Wenn man nun einen sehr kleinen Zeitbereich betrachtet, wird das Delta sehr klein. Das drückt man in der Physik durch ein d aus, siehe das Faradayische Induktionsgesetz. Also dn nach dt ist gleich minus Lambda mal n. Und dieses dn nach dt, also dn geteilt durch dt steht da immer, man spricht das aus wie nach dt, ist nichts anderes als eine winzig kleine Änderung der Teilchenzahl n pro winzig kleiner Zeitspanne t, also der sogenannte Differentialquotient. Das ist nichts anderes als die momentane Änderung der Teilchenzahl pro Zeit oder auch die Ableitung von n nach t. Man sagt auch dn nach dt. Umgeformt kann auch geschrieben werden, dn durch n ist gleich minus Lambda mal dt. Oder 1 durch n dn ist gleich minus Lambda dt. Ich habe also nur diese Gleichung, die da oben steht. dn nach dt ist gleich minus Lambda mal n. Das habe ich jetzt nur umgeformt hier. Um eine Gleichung für n zu erhalten, muss das dn bzw. das dt verschwinden. Aus dem Matheunterricht kennt ihr das vermutlich mit der Größe dx. Also man muss dann das Integral bilden, eine Stammfunktion bilden. Das heißt, ich würde jetzt hier das Integral bilden. Integral 1 durch n dn ist gleich Integral minus Lambda dt. Oder anders aufgeschrieben. Integral 1 durch n dn ist gleich minus Lambda mal Integral dt. Ja, es gilt, Integral 1 durch x dx ist gleich ln von x. Das findet ihr in der Formesammlung. Das heißt, wir können die Gleichung umformen zu ln von n ist gleich minus Lambda mal t plus k. k ist eine Integrationskonstante, die muss man bei einem Integral ohne Grenzen immer einfügen. Um die Logarithmusfunktion zu entfernen, muss man nun beide Seiten in den Exponenten von e reinschieben, in Anführungszeichen. Das heißt, e hoch ln von n ist gleich e hoch minus Lambda t plus k. So, und daraus ergibt sich n, das heißt, aus e hoch ln von n wird einfach n, ist gleich e hoch minus Lambda t mal e hoch k. Ja, wenn ihr einen Exponenten a plus b habt, dann wird daraus Basis hoch a mal Basis hoch b. Mit n von t gleich 0 ist gleich e hoch k ist gleich n0, ist das Ganze gleich n ist gleich n0 mal e hoch minus Lambda t. Oder eben n von t ist gleich n0 mal e hoch minus Lambda t. Ja, das war's für das Video zum Zerfallsgesetz und zur Halbwertszeit und bis zum nächsten Mal.